2020 wird der Tiguan sich einer kleinen Schönheits-OP unterziehen. Äußerlich wird gar nicht so viel passieren, aber die inneren Werte werden entscheidend sein. Der VW Passat hat es schon vorweggenommen und auch der Tiguan wird mit dem neuen Infotainment-Baukasten vorfahren. Das bringt nicht nur ein schärferes und schickeres Bild auf dem Navi-Bildschirm, sondern auch neue Assistenzsysteme. Zum Beispiel kann der Tiguan dann künftig per eingebauter SIM-Karte Updates über Nacht empfangen oder per Sprachsteuerung über Hey Volkswagen mit dem Fahrer kommunizieren. Dazu dürfte auch das VW Tiguan Facelift mit überarbeiteten Motoren kommen, um mehr Sprit zu sparen. Das bedeutet 48-Volt-Technik. Dieser Malt-Hybrid unterstützt die Segelfunktion bei kurzzeitig abgeschaltetem Verbrennungsmotor und kann beim Anfahren unterstützen. Außerdem gibt es natürlich neue Farben, neue Stoffe und ein paar schicke neue Anbauteile, um das Facelift aufzuhübschen. Mitte des Jahres soll der neue Tiguan vorgestellt werden.